Das dürfte kein Problem darstellen. Wo? Oh! Nope! Was krieg ich denn nicht? Wo? Erzeugt. So, und jetzt ist Endgegner-Time. Mann! Schau mal Energie. Ja, mit 16, klar. Oh mein Gott. Er ist einfach wieder im Paralleluniversum. Richtig stylisch. Wir müssen die Schmuggeln umsetzen. Genau, was die Schmuggeln ist. Ich bin der Schmuggeln. Ich bin der Schmuggeln. Ich bin der Schmuggeln. auf den originalen Geist. Wenn du nicht vorher stirbst. Ja. Ich hab dir die Daumen. Ah, ich seh. Ich sehe. Noch. Egal, los spielen, du schaffst das. Los spielen. Toll. Ich glaube, du hast es zu lange gemacht. Was der Kacke ist. Hä? Ich bin nicht verarscht. Was war das gerade? Der Toll. Mh. Mh. Ne, 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 ne. Schade, dass es hier nicht so etwas wie Safe State gibt. Ja, ne. Es wäre für dich optimal. Ja. Guck mal, gibt es hier nicht irgendwo... ...mei Herzen oder so. Musst nur rumlaufen und suchen. Das ist doch ein bisschen ärgerlich. Dann findest du schon was. Mario. Das kotzt mich nicht mehr an hier. Oh, Herzchen. Herz. Ja, ja, das ist die Gamer-Freude. Ja. Mario. Oh, noch ein Herz. Komm, hier noch eins. Ne, Geld. Auch gut. Geld, 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 Regidivität. Wir werden am allerliebsten jetzt herzen. Ja. Da wird der Wind ausflippen. Klar, gerade wenn so ein großes kommt. So ein 100 Tanne. So, den dort kann man eh in den Wind schießen. Die Blumen kannst du auch alle gießen da, ne? Die Pflanzen in den Töpfen gerade. Ja, daraus auf dem Balkon. Kannst du etwas da gießen, dann kriegst du auch nochmal Geld, Edelsteine und sowas. Aber nicht in allen. Okay. Aber ich sag mal in vielen. Okay, okay. Okay, okay. So, da muss man jetzt nochmal hin, da hinten, ne? Ja. So, jetzt hier rein. Nochmal hier geguckt. Ne. Ne. Warum denn nicht? Auch wenn Luigi sich da lustig anhört. Schaden. Schaden mache ich nicht nochmal auf. Hör, mach die Tür auf, Luigi. Luigi! Ach, ne, ist nicht wahr, oder? Doch, boah, keine Lust. Ja, 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 ja. Na, lecke mich doch, ey, oh, ne. Geil, geil, geil. Na ja. Boah. ablatsch zu tot und lassen abspeichern bei dem ich die jetzt nicht noch mal Krieg gleich dass ich nicht gut Das ist ein Programm. Bei den Goldenen, warum hast du so die Wüsche verloren? Dadurch, dass du verliebt musst, musst du den irgendwie so nochmal machen. Herr, du Drecktöler, Alter. Ich schaffe ihn jetzt. Letzte Wettbewerden angenommen. Nein! Und da haben wir ihn doch nicht klein. Da, dadada! Hallo! Geh doch. uland's mir, jetzt geh ich zu tot und lass' abspeichern. Mache noch diese Dreckshülle nicht. Komm, Mario. So. Ja. Genau. Danke. Tote hat keine Hobbys und stellt sich hin als Statist und speichert. Yeah. Genau wie ich. Ich bin auch Statist. Ich tue mich mit Tote zusammen. Mini-Tote. Oh yeah. So, ich habe auch sehr viel mehr Energie als beim letzten Mal. Also jetzt musst du das aber schaffen. Ich hoffe es. Ansonsten ist schlecht, ne? Ja. Aber ich denke mal, den Endgegner schaffst du heute noch, wo ich dabei sitze und so gucke. Ein paar Minütchen. Geh noch, ne? Boah, hat der mich gleich getroffen, der Arsch? Aber egal, das reicht doch vollkommen aus. Oh, jetzt ist mein Herz weg. Arschlöscher. Da war es nur noch einer. Da war es nur noch einer. Ja. Ja. Wenn es sogar End-Boff-Time. Oye, Mario? Oh, jetzt habe ich ihn. Oh, fuck you, ey. Der Gegner ist scheiße. Ey, jetzt wird das auch noch mehr. Scheiße. Egal, Ben, wir glauben an dich. Du schaffst das schon. Du musst es auch nur freuen. Ja, klar. Wo ist der? Oh, ja, leck dich doch, ihr Arschloch. Oh, ja. 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 Ich glaube, das ist das Video. Okay, ich bin jetzt ein Sargmich. Okay, ich bin jetzt ein Sargmich. Ich bin ein Statist. Genau, du bist ein Statist, das nicht zu sagen. Okay, und jetzt, genau, jetzt, psch, wenn drauf konzentriert ist, also, psch, ne? Psch, wenn drauf ruhe. Nein! Na, wow, fuck. Ja, ist klar. Oh, na, ey, hallo, wenn die da alle rumstehen oder so, ey, das ist doch zum Kotzen, ey. Ein Versuch hast du noch. Ich hoffe, ich stehe doch nicht mit der Energie. Toll. Ich kann mal so ein großes Herz ausspucken, irgendwie. Ja, stimmt, ey. Gibt's nicht, ey! Tja. Leck mich! Auweia, auweia, auweia. Ja, oah, immer noch die scheiß Cutscenes dazwischen. Ne, 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 ne. Ich glaube, der denn kann das besser, wenn ich ihn nicht dazwischen rede. Stimmt bin ich schuld. Der böse Dennis. Gäh. Der böse Dennis. Ne, 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 ne. Weil der immer reden muss.